ist glaube ich jetzt nicht ganz so dramatisch dramatisch ist glaube ich nur dass ich absolut kaum noch was zu futtern habe tja da muss ich jetzt aber auch irgendwie durch so dann wollen wir mal kicken hier wie weit ich denn nach oben komme ohne dass ich aha muss ich also doch nach oben so dass man mit der schaufel das ist ja nicht ganz so dramatisch alles schön aufgenommen und dann arbeite ich mich jetzt erstmal einfach hier weiter naja ok zwei zu hoch zwei zu breit kein wunder dass die anders aussah als auf dem bild das ist ja nun wirklich kein wunder das habe ich eine reihe zwei muss ich insgesamt habe ich gesagt na 12 klasse spitze habe ich aber noch ha 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 das mache ich nachher den rest mache ich von oben irgendwie dann noch weg, wenn es denn nötig ist. Ist es wohl? Ne, ist es vielleicht auch nicht. Wobei ich mich hier ein bisschen unsicher fühle. Der war jetzt wieder überflüssig, Herr Sommer. Kann ich da hinspringen oder schaffe ich das nicht? Ich glaube, ich schaffe das. Gut, geschafft. Das muss weg, weg. Na bitte, geht doch fixer als ich dachte. Na kommt, der auch bitte. Zack, und schnell die Schneewelle aufsämmeln hier. Schnell, schnell, schnell und den Sandstein. So, schön alles mitnehmen. Ah, der ist nicht wohl. Egal. So, dann ziehe ich hier mal eben die eine Wand schon mal lang. Duh, dup, 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 d. Äh. Da hin. Autsch, was war das? Wieso bin ich da? Ach, ich hab... Klar, ich hab ja nichts zu futtern! Schnell nach Hause, bevor ich verhungere! Ich verhungere! Ich hab nur noch 5 Herzen und dabei bleibt es auch, weil wirklich verhungern tut man ja gar nicht in Minecraft. Ich musste nur eben gerade noch mal kurz ein Schlückchen trinken. Reden macht ja einen solch trockenen Mund. So, rein da. Zack, schnell hier, Schnitzel, Steaks. Ich nehme jetzt einfach die 5, die da sind. Rücksichtslos, wie ich bin. Und mampfe ich erstmal voll damit voll. Und, äh, statt jetzt das eine da zu verschwenden, äh, mampfe ich nochmal einen Handel. Und dann lege ich mich hin. Gute Nacht! So, nun geht's aber zurück. War da noch irgendwo weiße Wolle in der Kiste? Immer noch nicht, ne? Und Schnee kann man, glaub ich, nicht schwarz färben. Ich muss hier nachher auch mal dringend, äh, bisschen ausmisten, hier, was das da angeht. Habe ich jetzt alles an Werkzeug, was ich haben wollte? Ja, ich glaub schon. Hallo, Creeper! Ja, bleib einfach bitte weg von mir. Ich muss da doch die Swings wieder, das, was ich da gestern irgendwie, gestern hab ich die Aufnahme gemacht. Ja, gestern war's. Äh, verbockt habe mit Nachzählen hier. Ich hab den Bauplan direkt vor den Augen, ja? Direkt da vor. Und was mach ich? Alles falsch. Alles falsch. Alles, alles, alles falsch. Alles falsch. So, das kann ich dann nachher auch unten... Ach, da muss ja sowieso wahrscheinlich irgendwas auch stehen bleiben. Erstmal kommt der Müll hier aber weg. Erstmal kommt der Müll komplett weg. In der Hoffnung, dass der Creeper mich nicht dabei stört. Der kann komplett weg hier. Alles, zack, nehm ich die Steine mal eben mit. Und dann kann ich das alles nochmal nachher von... Ne, der muss ja da bleiben. Ne, der muss ja da bleiben. Nein, der muss auch weg, ne? Was macht der Creeper? Okay. Dann kann das hier ja auch eben alles weg. Ja, eben zwei schmaler machen. Hey, hallo. Das gehört dazu, wenn ich hier let's playe. Alles falsch machen erst mal. Erst handeln, dann denken. Hä? Das ist auch eine schlechte Angewohnheit, die ich wahrscheinlich niemals im Leben los werde. Nie, 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 nie. Was ist denn doch? Nee Katze, das kannst du knicken. Nie. So, wuhu, zack, drüber. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So ist es doch besser. Zack, zack. Zack, 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 zack. Ist da auch so einer frei? Nein. Dann muss ja der da im Prinzip auch noch ihm weg. Und durch einen Schneeblock ersetzt werden. Dann muss ich da jetzt irgendwie hoch. Oh, das kann ich durchaus mal mit Sandstein einfach machen. Und zwar zwei oder ein. Hey, hallo. Zwei. Okay. Neben den beiden kommend, wenn ich das noch richtig weiß. Zwei Lehm. Dann kommen pinke Wollstückchen. Dann wieder zwei Lehm. Und zwei weiße. Dann kommt glaube ich eine komplette Reihe Lehm. Und dann muss ich gleich noch sehen, dass ich irgendwo her schwarze Wolle bekomme. Dann kommt in der Mitte zwei Lehm und daneben zwei weiße. Eins, zwei. So, und dann nochmal eins, zwei. So, die schwarze muss ich nochmal eben weglassen. Und dann drüber Lehm. Zack, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann einmal hier sechs weiße. Und dann... So, und jetzt brauche ich noch irgendwie... Ein paar klitzekleine... Schnee... Oh man, leider habe ich irgendwie Schnee verdattelt. Mist, Mist, Mist. Aber ich glaube... Oder reicht das doch jetzt gerade? Eins, zwei, drei... Vier, fünf... Sieht gut aus. Und wie komme ich jetzt schadlos runter? Gar nicht, ne? Okay, dann springe ich. Zack, ouch. Autsch, ouch, ouch. Habe ich noch irgendwo eine Axt? Ja. So, zack, zack. Der Block muss ja eigentlich da auch noch weg. Komme ich bitte dran überall? Ja, ne? Okay. Der muss weg. Da muss ich mir mal eben das Füßchen hier angucken. Zwei hoch. Vier mal drei. Drei mal drei. Zwei mal zwei, eins. Das kann ich mir nie merken. Fragen wir mal... Oh, ich habe hier ja auch irgendwie noch was übersehen. Drei, eins, zwei, drei. Vier mal drei. Zwei hoch. Dann... Äh, eins, zwei, drei. Äh... Der muss gar nicht. Äh... Drei mal drei. Drei mal drei hatte ich gesagt, ne? Dann... So und so könnte ich mir das wohl vorstellen. Auch und weil ich hier auch gerade geizig bin, mache ich das genau wie auf der Seite. Der nächste... Wer kann noch weg? Der nächste kann weg. Hä? Das verstehe ich nicht. Jetzt muss ich mal eben grübeln. Eins, zwei, drei, vier... Ach, fünf! Ah, fünf! Okay. Nein, der nicht. Fünf waren's. Ja, genau. Fünf. Der kann da bleiben. Der kann aber weg. Zack, zack. Jetzt müsste es aber doch ungefähr genauso... Äh... Ja, ist es. Okay. Einen muss ich jetzt mal eben noch verschwenden. Dann muss da einer hin. Dupdi-dupdi-dupdi-dup. Dann haben wir die Sphinx ja fast... Fast... Fast fertig. Außer natürlich, äh... Außer natürlich, äh... Die Augen. Aber ansonsten ist das, glaube ich... Opsala, da habe ich einen übersehen, glaube ich, den da. Ansonsten ist das, glaube ich, eine relativ... Relativ, äh... Exakte Kopie... Von... Flauxholz... Wings... Äh... Kopie wohlgemerkt. Nicht von mir... Sondern von mir nur... Versucht nachzumachen. In... Ähm... Da habe ich noch was vergessen. Hat halt ein größeres Ohrloch. Kann doch mal passieren, oder? Nein, mach ich... Mach ich natürlich auch noch eben zu. Und dann werde ich gleich hier... Äh... Das... Achso, nee. Dann werde ich gleich... Was wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwie nochmal zu den... Schafen gehen. Äh... Beim... Haus... Und dann werde ich... Dup-di-dup-dup-dup... Schwarze Wolle machen. Jawoll! Ich hole erst die Wolle vom Haus. Das sieht doch schon ganz annehmbar aus. Super Sache! So... Dup-di-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. Dann werde ich noch mal eben ein Schlückchen trinken. Mh... Mhm... Geht aus dem Glas mit einer Hand am Mikro... Hoffentlich vorbei. Das ist sonst bestimmt laut gewesen. So... Jetzt müsste ich nochmal wissen... Wo steckt Märchen? Wo steckst du? Mh... Mh... Das war natürlich jetzt dumm von mir. Im Wald nahe der Wüste. Danke, bitte! Danke! Ich musste jetzt nochmal eben kurz hier den Squid anpieksen. Ist ja auch witzig, dass man den nur anpieksen muss und der droppt schon was. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ocelots. Hm... So, jetzt mache ich das als... Alalalalalala... Alalalala... Erstes... Zack! Jetzt werde ich als allerallererstes dich schwarz. Jetzt habe ich leider keine Schere dabei. Doch habe ich wohl... Ha! Ich brauche nur zwei. Wirst du mir die geben? Hm... Habe ich jetzt bitte von dir zwei schwarze Wolle? Nein, natürlich nicht! Da muss noch ein Schaf dran glauben. Zack! Du auch! So, jetzt... Nein! Ihr sollt doch nicht gegenseitig schützen. So, habe ich jetzt zwei scharfe Wolle? Zwei... Wieso kriege ich denn dann nur jeweils ein... Ist die Schere so stumpf oder was? Ich dachte, wenn man die schert, kriegt man mehr. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Ist hier eingeschorene Schaf? Ich sehe noch ein schwarzes Schaf. Und... Da sehe ich noch ein bisschen schwarze Wolle? Oder was war das da? Ich dachte, hier wäre noch was gewesen. Naja... Und wie viel Wolle gibt das Ding jetzt? Hm... Drei... Das... Hä? Wächst die so schnell nach, die Wolle? Das ist ja auch cool. Jetzt scheint es gerade wieder ein bisschen zu laggen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal hier wieder kurz beenden. Aber das ist ja das erste Klampe, dann immer wieder... Ich habe es ja das . Aber das ist ja das. Ich bin, ja das ist ja wichtig.